Verpasst du die Ideallinie im Game, fängst du von vorn an. Verpasst du sie auf der Strecke, kannst du sterben. Die anderen Fahrer werden dich hassen. Alter, was ist dein Problem? Ist Teil des Spiels. Das Gute ist, keiner glaubt, dass wir das schaffen. Die Erwartungen sind also niedrig. Yes!